Viele Fachkräfte und Unternehmen denken sich inzwischen und dann erinnern sie sich an eine Szene aus Herr der Ringe. Das haben scheinbar einige gehört. Über 200.000 Fachkräfte haben seit Beginn der Energiekrise Deutschland verlassen. Und es gehen nicht nur die Fachkräfte, es gehen auch viele Unternehmen. Entweder mit einem Teil der Produktion oder Dienstleistung, die sie anbieten, oder teilweise auch das gesamte Unternehmen. Wer Deutschland verlässt und was die Politik macht, genau das sehen wir uns jetzt mit einigen Beispielen an. Fangen wir mit einem Unternehmen an, das inzwischen eigentlich jeder kennt, und zwar Biontech. Und hier schreibt die Deutsche Apotheker Zeitung, dass Biontech wegen Rahmenbedingungen nach England geht. Fachkräfte, zunehmende Bürokratie, langsame Prozesse. Kennt doch eigentlich jeder inzwischen Zeit in Deutschland. Das Mainzer Pharma-Vorzeigeunternehmen Biontech zieht es für die Krebsforschung nach England. Also Biontech ist eigentlich wegen des Impfstoffes bekannt geworden. Das Unternehmen forscht eigentlich aber gegen Krebs. Ja, jetzt wohl in Zukunft etwas mehr mit Fokus auf England. Der Finanzexperte Robert Halver bringt das Ganze eigentlich sehr schön auf den Punkt. Dann sollte man auch in puncto Wirtschaft, man sollte überlegen, diese permanente Störmanöver, verboten, das wird verboten, das wird verboten. Also diese staatswirtschaftlichen Elemente, damit jagt man die Leute, die vermögenden Leute aus dem Land genauso wie Unternehmen. Hier mal eine Liste an Unternehmen, die mindestens eine teilweise Flucht antreten. Darunter Helmer Materials, Volkswagen, Northvolt, BMW, Audi, Siemens Energy, Wefa, Biontech, BASF und einige weitere. Besonders der Satz hier, der hat es in sich. Und zwar ein Kristall von Helmer Materials ist ca. 50.000 Euro wert, sodass bei einem Stromausfall im letzten Jahr ein Schaden von 1 bis 2 Millionen Euro entstanden ist. Wichtig bei der ganzen Sache, und das wissen die wenigsten, energieintensive Unternehmen, also Unternehmen jetzt, die sehr viel Strom brauchen, die werden regelmäßig zwangsabgeschaltet, weil nicht genügend Strom im Netz vorhanden ist. Und wenn so eine Zwangsabschaltung stattfindet, ist oftmals ein Teil der Produktion kaputt. Seinen Kunden muss man ja auch die fertige Ware liefern können, und wenn diese kaputt gegangen ist und regelmäßig der Strom ausfällt, das heißt auch, dass Neuproduktionen ruiniert sind, ja, wie willst du dann deinen Kunden am Ende zufriedenstellen? Und dann überlegt man sich doch, ins Ausland zu gehen, in dem Fall hier jetzt Schweden. Bei den Menschen, die auswandern, sind fast alle hochqualifiziert. Drei von vier Menschen, die ins Ausland gehen, haben mindestens einen Studienabschluss. Die anderen Menschen, naja, man kann auch Fachkraft auf andere Art und Weise werden, also z.B. durch eine Ausbildung. Krankenschwester, Altenpfleger, das sind ja auch Fachkräfte, und auch diese verschlägt es oftmals ins Ausland. In meinem Umfeld sind gegangen Genetiker, ein Elektromeister ist gegangen, es sind mehrere Krankenschwestern gegangen. Ja, acht Leute fallen mir jetzt spontan ein. Auch ein anderer Punkt sollte in diesem Zusammenhang einmal erwähnt werden. Viele deutsche Unternehmen werden ins Ausland verkauft. Hier mal eine Liste der 100 größten deutschen Unternehmen in Auslandsbesitz. Darunter BP Europa, Hoch-Tief, Total, Ford Werke, Vodafone und einige weitere. Ach, und Opel übrigens ebenfalls. Wenn dich die ganze Liste interessiert, dann schau mal unten in die Infobox rein. Dort werde ich dir sie entsprechend verlinken. Wie sieht es beim deutschen Mittelstand aus, der ja sehr wichtig ist für den Wohlstand in Deutschland? Nun, nicht sonderlich gut, wenn man einem Bericht der Tagesschau glauben darf. Jeder vierte mittelständische Unternehmer denkt nach Informationen des Verbandes der Mittelstand BVMW über eine Produktionsverlagerung ins Ausland nach. Die wachsende Unzufriedenheit mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland liegt vor allem an den hohen Energiekosten, am Fachkräftemangel und einer stetig wachsenden Bürokratie. Was besonders schlimm an der ganzen Sache ist, insbesondere IT-Fachkräfte verlassen in Massen das Land und was ganz wichtig ist, sie kommen in der Regel nicht mehr zurück. Wenn dich das Ganze mit den Fachkräften noch ein bisschen interessiert, dann schau mal unten in die Infobox rein. Da verlinke ich doch diesen Artikel von Agrar heute, der auf das Ganze noch einmal detaillierter eingeht. Ja, aber das ist doch alles überhaupt kein Problem. Wir bekommen doch Fachkräfte aus dem Ausland. Die werden diese Lücke doch wohl stopfen. Oder auch nicht. Welt.de schreibt, nach sechs Monaten warten, verlieren Top-Talente die Lust an Deutschland. Sechs Monate warten erscheint dir lang. Nun, das ist falsch. Und zwar musst du bis zu drei Jahre warten, steht hier unten. Bis zu drei Jahre dauert es zwischen Entschluss und Jobbeginn. Die meisten, die anfangs gerne kommen wollten, haben dann keine Lust mehr. Ja, ich bin mir sicher, dass jetzt gleich der Einspruch kommt, dass die Politik natürlich alles ändern wird, um in Zukunft die Bürokratie in Deutschland abzubauen. Jetzt mal ganz ehrlich, glaubst du das? Glaubst du das wirklich, dass das passieren wird? Ich bin jetzt seit fast 20 Jahren selbstständig und ich habe nicht ein einziges Mal erlebt, dass Bürokratie weniger wurde. Es ist vielleicht an einer kleinen Stelle etwas weggenommen worden, wo man ein bisschen weniger Bürokratie ist. Dafür ist an anderer Stelle ganz viel Neues dazugekommen. Ich für meinen Teil glaube nicht an einen Bürokratieabbau in Deutschland. Ich glaube an einen Bürokratieaufbau, dass wir also in den nächsten Jahren noch mehr Bürokratie bekommen. Was ist die eigentliche Botschaft an Fachkräfte, die gehen? Oder Fachkräfte, die eigentlich kommen wollten? Nun, ganz einfach, dann haut halt ab. Wenn wir so weitermachen, wird es allerdings ausgesprochen unangenehm. Was die wenigsten auf dem Schirm haben, in den nächsten Jahren gehen die sogenannten Babyboomer in Rente. Das heißt, eine Menge an Fachkräften werden den Arbeitsmarkt verlassen und Rentner werden. Die zahlen dann keine Steuern mehr ein, zumindest nicht mehr so viel, während sie auf der anderen Seite ziemlich viel Rente beziehen möchten. Das heißt, das Missverhältnis auf dem Arbeitsmarkt wird noch schlechter. Wir werden einen noch größeren Fachkräftemangel bekommen und es werden sich noch mehr Unternehmen ganz genau überlegen, ob sie nicht doch besser gehen sollten. Und die Unternehmen aus dem Ausland, die vielleicht mal überlegt haben, in Deutschland zu investieren, werden sich dann auch eher für andere Standorte entscheiden. Eine ernst gemeinte Frage an dich. Glaubst du, dass die Politik wirklich umsteuern wird, und zwar erfolgreich umsteuern wird, oder denkst du, dass die Probleme eher noch größer werden? Schreib es mir sehr gerne unten in die Kommentare.